hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf der grünen felder land und ich werde mich jetzt mal gleich auf den weg begeben zum händler da müsste eigentlich meine poltergabel angekommen sein weiß ich nur noch nicht wie ich krieg den da drauf ich würde ihn gerne mitnehmen muss ich nicht nein alles ja 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 da ja ja fast ok wie Wie krieg ich den da drauf? Wie krieg ich den da drauf? Vielleicht schon so wie ich das mir gerade gedacht hab. Das kann doch nicht so schwer sein hier. Ach ne. Weil er konnte mir die glaube ich nicht liefern. Ja, ich glaube da muss ich mich doch mit dem Tele-Labi hier auf den Weg machen. Warte mal, das können wir doch gleich noch tanken, oder? Warte mal, das können wir doch gleich noch tanken, oder? Oder warte mal, ich können die Eier noch schnell verladen. Wenn ich schon hier bin. Wenn ich schon hier bin mit dem Gefährt. Und vielleicht guck ich dann auch gleich nochmal nach dem Preis. Und verkauf die dann auch gleich irgendwas. Aber ich frag mal die Blaubeeren, ob die noch Eier brauchen, weil... Äh, ich muss auch noch... Wollen wir ja nach dem LKW gucken. Okay. Oops. Oh lad die Waldfee, das war knapp. Wir stehen da angekoppelt, eigentlich ja. Dann telefonieren wir mal schnell. Klingelingeling. Blaubeer. Ja, servus Björn. Hey Volker, grüß dich. Ich wollte mal fragen, ob ihr da ein paar Eier bräuchtet? Oh ne, momentan noch nicht, weil die Bärbel hat noch nicht angefangen zu backen. Sie hat noch so viel vom letzte Mal. Okay. Ja gut, weiß ich, dann kann ich sie ja auf den Markt schicken. Ja, kann schon machen. Aber trotzdem, danke der Nachfrage. Gut. Und eine andere Frage, wie schaut es mit meinem LKW aus? Da kommt der Marlon vorbei und erstellt das Gutachten. Soll sich mal beeilen? Ich brauche den LKW. Ja. Aber für was denn ein Gutachten? Ja, wegen dem Unfallschaden, ne? Ach so. Ja, müsste eigentlich die Versicherung sein. Ja. Oder? Ja, weiß noch nicht. Sonst. Und drauf an, was passiert ist, ne? Ja. Okay. Gut. Alles klar. Danke erstmal. Tschüss. Ja, gerne. Ciao, ciao. Ja. So. Ja. Ja. Ob da die Versicherung in den Saal, das ist eine Frage, ne? Jetzt bin ich gerade am überlegen. Warte mal, ich kann ja gerade mal reingucken. Ein Mitzko, was der braucht. Kartons bräuchten die. Ja, aber Kartons habe ich jetzt gerade keine. Oder zumindest sind die nicht hier. Dann rufe ich mal noch schnell einen Neumann an, ob das schon da ist. Klingelingeling. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, servus, Volker hier. Ja, moin. Wie schaut es aus mit der Poldergabel? Liegt auf deinem Hof vor deinem Haus. Ach, du hast die doch schon geliefert. Äh, natürlich. Äh, super. Gut. Äh, 600 Euro gleich nochmal überweisen. So, mach ich gleich. Danke. Tschüss. Jo, tschüss. So, gut. Äh, wenn die da liegt, ist ja perfekt. Dann schauen wir mal gerade. Oha. 3.400 Euro pro 1000 Liter. Das ist aber gar nicht so schlecht, weil, warte mal, dann machen wir hier folgendes. Auto habe ich ja, glaube ich, gerade keins. Aber dann kann ich den Xerion nehmen, mit dem bin ich nämlich schneller unterwegs. Oder haben wir auch mal eine kleine Spritztour hier? In den Norden, ne? Ah, geht's. Also, wir haben 12.000 Liter. Dann soll ich eigentlich die fast fertigen Paletten auch noch mitnehmen, oder nicht? Also, der Preis ist ja Hammer. Das ist ein Preis von 12.000 Eier. Ja, auf jeden Fall werde ich die anderen auch mitnehmen. So, jetzt ist nur die Frage. Und da ist die Poltergabel. Ich habe keinen LKW, keinen Trecker mehr. Was soll ich mit dem LKW fahren? Also, ich bin mir im Allgemeinen gerade total unsicher, ob das eine gute Idee war, die Agrargenossenschaft zu gründen. Da werde ich mal noch ein bisschen überlegen müssen. Weil irgendwie, der Nutzen der Nutzen aktuell ist nicht so groß, wie ich mir das erhofft hatte. Und das geht schon ein paar Wochen so. Und deshalb, ähm, weiß nicht, bin ich eher dran zu sagen, ich stampfe das Ganze wieder ein. Hoppala. Aber, ähm, das ist halt auch leichter gesagt wie getan, weil die ganze Gründung und das alles, äh, hat ja schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen und der ganze Stress und es dann einfach so wieder wegzuwerfen. Vielleicht braucht es auch ein bisschen nur, ein bisschen mehr Optimierung. Ich weiß es auch nicht. oder es sind die falschen Leute in der Genossenschaft. Das hört sich natürlich jetzt erstmal blöde und böse an. Aber es muss ja auch was bringen, ja. Und das ist halt aktuell so noch nicht der Fall. Und das ist halt aktuell so. Und wenn es nichts bringt, dann ist es halt doch das Beste, wenn man dann wieder, äh, die Reißleine zieht, denke ich. Aber jetzt müssen wir vielleicht nächste Woche mal besprechen. Wenn die anderen auch wieder da sind. Gut, aber ich mach mich jetzt mal auf den... Ja. Volker Varuna, hallo. Moin, Herr Varuna. Jäger hier. Jo, jo, jo. Ich bin drum gebeten worden, Sie um 12 Uhr einzuladen. Wohin? Zu dem neuen Gemeindegebäude. Äh, geht nicht ein bisschen früher? Der Herr Neumann hat mir 12 Uhr gesagt. So um 11? Dann müssen Sie sich mit dem Herrn Neumann auseinandersetzen. Mist. Ähm, jo, okay. Gut, passt. Gut. Danke. Dann würde ich sagen, sehen wir uns um 12. Jo. Ciao, ciao. Ciao. Ach. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Neumi, äh, wie schaut's denn aus? Geht auch schon um 11? Äh, um 12 schon. Na, aber ungeschickt. Du musst nach, äh, nach Kirchhausen, äh, Kirchdorf. Da bin ich jetzt gerade auf dem Weg. Auf 12 werde ich's wahrscheinlich nicht zurückschaffen. 11 wird auf jeden Fall nix. Hm. Okay, ich guck mal, ob's mir zeitlich reicht. Ich beeile mich. Jo. Gut, ciao. Ciao. Hm. Was wollen die denn jetzt von mir? Müssen wir ein bisschen angasen hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ach, was ist denn jetzt los hier? Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge. Wie gefahren. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ussassa.